Willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles. Im letzten Part haben wir noch weiter die Zentralfabrik erforscht. Und hier haben wir ein paar hübschen Massengesichter getroffen. Und einer davon ist Level 65 und ein Miniboss. Und das heißt... Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Er hat Stachelschein. Ja, 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 ja. Dann macht das in 520 Stachelschaden, wenn man ihn umwirft. Nice. Das heißt, ich brauche eine andere Taktik. Ich darf ihn nicht umwerfen. Weit genug weg. Weit genug weg. Okay. Ach, bis doch wieder da. Das ist schon sehr frech, wenn ich ihn nicht umwerfen darf. Was soll das jetzt sein? Durchstoß. Das heißt, ich kann nicht mehr blocken oder was? Funktioniert das? Nein. Ich kann nicht mehr weg. Ja. Steig, ich kann nicht mehr weg. Ich kann nicht mehr weg. Aber das ist doch nicht so weit. Ein weiteres wird! Da ist doch nicht lang. Denig, du-de-de-de-de-de. Es ist doch nicht mehr weg. Denig, du-de-de-de-de-de-de. Da sind doch nicht mehr weg, das ist. Ja, ich weiß, was du gerne weg. Nein, was Duw. Ich kann es tun. Ich weiß, dass ich es jetzt kann. Ich kann es jetzt nicht tun. Ich kann es nicht tun. Ich kann es nicht tun. Okay. Ich kann es nicht tun. Ich kann es nicht tun. Zum Verkaufen. Ich glaube, ich lasse die jetzt lieber mal in Ruhe. Dann gehe ich hier runter. Wenn ich den nicht umwerfen darf, wie soll ich den dann bitte besiegen? Besiege den schönen Vagul. Das bist wohl du. Ja, Level 60. Aber vorher wollt ihr kassieren. Aber vorher wollt ihr kassieren. So, Technik-Siegel für alle. So anziehen, ja. So anziehen, ja. Und du bist da. Wir haben sicherlich stärker geworden. Wieder mal Kinderschwert. So. Schöner war gut, du bist gleich nicht mehr so schön, wenn ich wieder fertig bin. Monado Fressa. Ach, mit der Schlag. 7000 Schaden. Mal 10. Now. Pin in Akra. You must suffer more. Got it. Yeah. Now I see there is 20. It's not over yet. My turn. Down. Yeah. All together now. Nice. Der hat es zwei Gehilften gerufen, aber sie helfen nicht. Meine Gehübsen direkt hier. Ich bin sehr sexuell. Warum bekomme ich das Gefühl, dass die Monado-Masterung leichter wird? Okay, lassen wir die zwei einfach in Ruhe. Ich frage mich, wie lange ich in diesem Gebiet bleiben werde. Tschüss Schook, war nicht mit dir. Da ist er ja wieder. Find einen Weg in die Mekon-Fabrik hinein. Der hat mich gesehen. Was? Na warte. Ich renne jetzt in Zeitlupe zu dir. Ich bin gleich da. So. Jetzt gibt's Saures. So. Schluss mit Belagern. Okay. Und hier haben wir einen Festungs-Mekon. ein M108. Der ist aber noch gelb. Das heißt, lieber die Finger davon lassen. Und hier haben wir einen Festungs-Mekon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon. Es gibt mehrere Ziele. Jetzt dürfte er Krauss sein, oder? Ja. Ja. Let's try it. Ja. 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 Ja, für sie ist er noch Geld. Das macht jetzt, glaube ich, mehr Schaden. Wenn ich das jetzt schaffe, dann weiß ich nicht, was ich mache. Die Zeit, Leza. Sieh. Achso, da ist Darwin. Ich wollte Schuk noch warnen wegen dem Angriff. Wieder eine Raubrüstung. Immer ein Hundertteil im Nasubi. Aber nice! Ach, Harmonie Gahiris. Du bist mehr auf Ätherangl für Anfällig, nehme ich an. I am your opponent. Ich werde dich schon auf Bessie, warte es nur ab. Ach, Harmonie Gahiris. Und wieder Drehschnitt, na super. Rüstung. Trotz Rüstung gestorben, na super. Trotz Rüstung gestorben, na super. Ach komm. Er hat nur 348. Das wird er glaube ich auch nicht ganz überleben. Ja. 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 Wir schaffen das noch, wir schaffen das. Ja. Wir schaffen das, wir schaffen das. Zum Glück habe ich Melia nicht wiederbelebt. Wir schaffen das, wir schaffen das. Ja. 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 Mein Gott! Hauptturmaufzug, aha. Sozusagen eine kleine Abkürzung, aber da oben ist gläubig der Weg versperrt. Als ob ich es nicht geahnt hätte. Autsch! Die Gruppenleiste ist nicht voll genug geworden. M53? Danke! Wieso muss sie dich dann umdrehen, wenn ich einen Rückangriff machen will? Das ist doch auch mein Sieger. Das ist doch auch mein Sieger. Du lässt ganz schön viel aus, weißt du was? Du lässt ganz schön viel aus, weißt du was? Und wieder ein Spezial-Eingriff. Und wieder ein Spezial-Eingriff. Oh oh, ich muss niesen, ich muss niesen. Okay, Nieser unterdrückt. Ich geh den anderen Weg lang. Ich mein gleich. Ich hab mich zwar schon mal besiegt, aber... Ich möchte mein Glück nicht überstrapazieren. Ich hab' die Frisch-Pack掉. Ich bekomme die Frisch-Pack-Lasers! Ich kriege die Frisch-Pack-Krecher! Ich bekomme die Frisch-Pack-Krecher. Also ich werde zuerst mal die Flucht ergreifen. Lässt du mich mal vorbei? Danke. Ach komm! Ja, lieber die Flucht ergreifen. Melia? Ach. Okay, ich gehe mittlerweile auf den, ich mache den hier fertig. Gleitschwert 5. Oh ja, ich gehe sowas. Greif mich endlich an! Mikro Gizarin! Du bist gleich down! Okay. Zwillingsrüstung? Flinkdolche! Na endlich mal neue Waffen für Fiora! Naja. 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 Kommt man da nicht irgendwie von der Seite rein? Da muss ich mich an denen vorbeischleichen. Ah, da kommt man hoch. Okay, Nummer 1 ist Down. Jawohl, doppelte Rückhandel. We can stop it when we do this and see you in the future. One, two, cross the building with you. Ah, that's what I want. Team attack, ready and wasted. I'm feeling pretty good. Your actions in front, we are victorious. It would be okay if we fight like this. Cool. Let's kick this up. Okay. Im nächsten Part kümmern wir uns um diese 3 hier. Und dann steht uns nichts mehr in den Weg. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.